So, liebe Freizeitparkfreaks, wir sind jetzt mal mit der Fähre rüber auf die wunderschöne kleine Insel, also wirklich wunderschön klein, wie man sieht. Jetzt auch kein großes Stück, ist von da drüben, da fährt sie auch schon wieder zurück, die Fähre. Aber mit einer Geschwindigkeit, ich wollte gerade sagen, mit einem Adrenalinrausch der Superlative. Ja, wie man ja vielleicht schon mitgekriegt hat, ich bin ja mal Elektro-Scooter hier durch Auklenke fahren. Das ist für 10 Euro auf jeden Fall mal so gute Stunde, ist das auf jeden Fall mal ein guter Spaßfaktor. Macht auf jeden Fall Spaß. Das Wetter ist super, es hat heute Morgen ein bisschen geregnet, Sache von 20 Minuten. Dann konnte ich eben die 360-Grad-Aufnahmen auf meinen MacBook ziehen und in die Cloud. Ja, wie man sieht, Tourist ohne Ende. Genau, und wie gesagt, hier noch ein paar Impressionen. Dahinten ist das Sky Tower. Wir sind vertreten auf Facebook, Instagram und YouTube.